Ja, ja, ja. Tor! Jawoll! Ja! Hat sie ja wirklich gemacht. Ja! Das ist ja wie bei der A, nicht? Ich war noch nur 30. Zeit! Da ist es rein. Gerade Käppi! Gestellt. Ja, klar! Robby! 1x3. Geh mit, geh mit, geh mit! Alleine, alleine! Ja, Robby, Gott! Malchow SV 90-2. Die SG Lübenwind-Wolding. Ja! Wir haben anständige Streifen gespielt, ne? Höhe! 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 Ja, da ist es. Ja! Ja, da kommt er! Da kommt er! Da kommt er! Er muss die Baf wieder in den Stand bringen! Aber ist eigentlich… Jawohl! Ja! Wettbewerb, Jungs! Geiles Ding. Ja! Jetzt aber. Zwei Tore. Ich weiß nicht, ob er die halten kann. Zeit, Zeit, Zeit! Wieder mal langsam. Einer rechts, bleibe! Voll rechts! Jetzt hat er drüben. Ja! 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 Weiter, weiter, weiter! Weiter, weiter, weiter! Ja! 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 Stopp den Sieger, stopp den Sieger, ey!